Ich kann es nicht mehr hören, wenn es heisst, die Wirtschaft verlangt. Die Wirtschaft verlangt Frühenglisch. Sie sagten, komm doch mal zu unseren Zähnchenbüchern. Wir haben noch Wirtschaften, die du auf Deutsch kannst bestellen. SPW hat die Fensterkalender. Jetzt das erste Tür kann öffnen. Dann hat er geschrieben, wir haben gesagt, Meier, schau einfach, dass bei deinen Zögern die Türen überhaupt zu sind. Und unsere nationalen Ständer, die brauchen doch das Geha. Die wären ja nicht in der Lage, das Billet zu lösen an einem Automatt. Es hat einen ausgerechnet, wegen diesem Klimawandel. Und wenn wir in der Schweiz sämtliche Kühe hier schiessen, dann könnten eine Million mehr Autos fahren. In Bern haben 60'000 demonstriert, wegen diesem Klimawandel. Da war ich noch mit dem Kamel. Weil die Woche darauf bin ich ja gegen die Demo. Gut, gegen die Demo ist vielleicht ein falsches Ausdruck. Es war ein Alpab-Zoog. Aber wir haben den Kühen gesagt, dass sie so viel und so viel zu viel haben, und haben sie das Dorf durchgejagd. Ich sage das ja. Ich kann mir da anrufen. SVP Schweiz, der Klimawandel findet statt. Aber das Beste ist, jetzt gibt es verschiedene Rubriken. Jetzt kannst du da zum Beispiel, was willst du mit Politik? Britische Regierung, der Brexit findet nicht statt. Fussballclub Luzern, die Meisterfeier, wird auf 2063 verschoben. Fussballclub Luzern, die Meisterfeier, wird auf 2063 verschoben. Also wenn du jetzt gehst beichten und sagst, Herr Pfarrer, ich war 14 Tage in Malliorca. Mit dem Flugzeug. Dann sagt der Pfarrer, ich auch. Eine Katze braucht gleich viel so CO2-schädliches Zeug wie du mit einem Auto kannst 1400 Kilometer fahren. Wenn du jetzt also auf Rimi nicht runtergehst, und mit dem Auto dort runtergehst, dann kannst du kompensieren, wenn du beim Wegfahren die Katze vom Nachbarn verkarriest. Schweden aber darfst du nur sexuell, wenn beide einverstanden sind, wenn möglich schriftlich. Du wirst vielleicht mit deiner Freundin am Töpeln, wie weit darfst du denn gehen, bis du das Hurenformular vorne nimmst? Ein 104-jähriger Australier ist in die Schweiz gekommen, extra zum Sterben, weil wir da das Huren-Exit hatten. Mit 104! Das war wahnsinnig ungeduldig. In der Bar kann man ja auch so eine Auffahrung machen, also eine jene Auffahrungshalle, und jetzt die Niene, das sei nur für Dorthin. Wenn du jetzt denkst, dass bei diesem Schwingfest der Campingplatz 180 Fr. gekostet ist, dann hätte es dir günstig für 50 Fr. pro Nacht das Bar in einer gekühlten Auffahrungshalle. Das ist die erste Medaille, die eine an der Weltmeisterschaft geholt hat, die Frau beim Gras-Haus-Säcklen und so. Aber es wird nicht mehr schwierig sein, wie ein Berner, ich habe eine Medaille. Sie haben auf die Schönheit geschaut, Frau Reitz, Herr Gassis und so. Es gibt eine Studie, wo wir eindeutig anweisen können, dass hübsche Leute einfacher einen neuen Job finden. Und das meine ich jetzt nicht nur mich persönlich. Wer weiss, was Frau Reitz gearbeitet hat? Gelehrt hat? Was? Nichts. Nur weil jemand mit einem Jute-Säckli Eiergab-Milch holt. Das heisst noch gar nichts. Dann gibt es einen Bauernaufstand, der Schweine züchtet. Dann sind sie da gelaufen, an die Medaille Bauern, die keine Kühe haben, dass sie die Glocke selber tragen wollen. Weisst du? Ich wünsche uns das Gute 2020. Komm ich gut. Komm ich gut. Hoxe Work moment. Das steht noch 15 Jahre später. S каз의 Wör возможность denn das ist für João. Ich erwischt die Glocke Esto-Shahn.